Du, was geht ab? Leute, was geht ab? Was? Ich habe meine Kamera vergessen aufzuladen, Leute, weil ich gerade die ganze Zeit unterwegs war. Jetzt muss ich so schnell es geht irgendwie reden, irgendwie das Video machen, bevor der Akku sozusagen sein Ende gibt. Ich möchte in diesem Video kurz mal etwas erwähnen und das habt ihr schon am Titel dieses Videos erkannt. Ein Dank an Luana. Luana, danke, danke, danke. Das, was du getan hast, hättest du nicht machen müssen. Dass du mich unterstützt, du mir meinen Wunsch erfüllst, dass du meine Nachricht siehst, dass du siehst, dass ich YouTube aber alles liebe und du dir denkst, okay, Georg, ich werde dein Video teilen. Ich will dich unterstützen bei deinem Wunsch. Wow, danke vielmals, Luana. Glaub mir, ich bin so glücklich. Weiters, meine lieben Freunde, möchte ich in diesem Video einen kurzen Real Talk reden, weshalb ich mich so öffentlich bei Luana bedanke. Als ich mit YouTube angefangen habe, meine lieben Freunde, haben meine Freunde, ihr müsst euch das mal vorstellen, mich ausgelacht. Sie haben mich ausgelacht, haben hinter meinem Rücken stets geredet. Sie haben sich gedacht, was ist das für einer, der YouTube-Videos dreht und irgendwie mit seinen Videos etwas erreichen möchte. Sie haben mich gehatet. Meine Freunde, Leute, die ich kannte, haben mich gehatet. Es ist so weit gegangen, dass sie ab und zu sogar Profile erstellt haben und mit diesen Profilen sogar meine Videos gedisliked haben. Ja, und deshalb an Luana, wenn ich sehe, dass ein Star mit über einer halben Million auf Instagram von Abonnenten mich unterstützt und meine eigenen Freunde nicht, wie soll ich mich dabei fühlen? Es ist für mich eine sehr große Motivation, wenn ich von Luana höre, dass sie zu mir sagt, dass ich Potenzial mit meinen Videos habe. Ich höre das von euch, Abonnenten, was mich sehr stärkt. Aber mit den Menschen, die ich treffe, die reden hinter meinem Rücken. Ohne Spaß, die reden hinter meinem Rücken. Die gönnen mir null. Die wollen, dass ich niemals mit YouTube etwas erreiche. Die wollen stets, dass ich am Boden falle. Und ich möchte sagen, das ist mein Hobby. Gönn doch jedem etwas. Wenn du dir egal was gönnst, dann gönn dir, Mann. Das ist mir doch egal. Aber lass mich doch auch gönnen. Wenn ich auf meinem Kanal Spaß habe, wenn ich seit 8 Jahren YouTube mache. Ja, zweimal ist mir der Kanal verloren gegangen. Das war mein Fehler. Aber das ist mein dritter Kanal. Und ich immer noch mit YouTube so viel Spaß habe und weiterhin Videos mache, dann gönn mir. Und wenn du mich hatest, dann danke dafür. Denn dieser Hate, der unterstützt mich. Ganz ehrlich. Wenn ich Hate-Kommentare sehe, dann weiß ich, ich bin auf dem richtigen Weg. Und ich bin mir sicher, egal wie weit man auf YouTube ist, man wird immer eine Menschenmenge haben, die gegen einen ist. Davon bin ich mir zu 100%ig sicher. Es ist halt nur für mich einerseits traurig, dass meine Freunde, meine Menschen, mit denen ich öfters Kontakt hatte, diese Menschen sind, die mich haten. Ja, es gibt auch andere Hater. Es gibt auch einige Freunde von mir, die mich auch unterstützen. Aber glaubt mir, Leute. Die Mehrheit, wenn ich nur meinen Rücken drehe, reden über mich. Aber ich möchte dir da draußen etwas sagen. Wenn du das siehst, mein lieber Freund, dann weißt du, du bist auf dem richtigen Weg. Zieh dein Ding durch. Vergess diese Menschen. Denn diese Menschen haben dich von Anfang an nie geliebt. Ganz ehrlich. Das ist Real Talk, mein lieber Freund. Diese Menschen haben dir nie etwas gegönnt. Deshalb zieh dein Ding durch. Vergiss diese Menschen, die waren niemals deine Freunde, egal wie viele Jahre das war. Und zieh dein Ding durch. Denn diese Menschen werden dich nicht nach vorne bringen. Du allein musst Gas geben. Du musst nach vorne gehen. Und glaub mir, du wirst etwas erreichen. Ich wollte, wie gesagt, mein Herz ausrütteln, meine lieben Freunde. Ich weiß, diese Menschen haben mein Video gerade geguckt. Und wenn du gerade mein Video guckst, ich hoffe, du vergisst mein Video nicht zu disliken. Alles klar, Bruder? Und danke nochmals an jeden einzelnen Abonnenten, der mich abonniert, der meine Videos liked, der kommentiert, der aktiv ist. Ihr seid die krassesten Leute. Danke vielmals für euren heftigen Support. Mit diesen Worten, Leute, beende ich dieses Video. Road to 5000 Abonnenten, Mann. Dann ist die 5000ermalige geknackt. Krass. Danke vielmals für alles, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und Peace out. Tschüss. Tschüss.